Was heute im Osten der Ukraine geschieht, erinnert viele an einen anderen Krieg, den die Welt eigentlich schon vergessen hatte. Tschetschenien. Vor ziemlich genau 20 Jahren begann Moskau dort den Kampf gegen all die, die sich seiner Macht entziehen. Damals wurde entschieden, was wir heute in Donetsk oder Lugansk sehen. Nämlich, dass für die Durchsetzung russischer Interessen alles erlaubt scheint. Aus der Hauptstadt Grozny kommen heute keine Schreckensmeldungen mehr. Wladimir Putin hat das Land angeblich befriedet. Und was das heißt, erleben wir gleich in einem erschütternden Film von Manon Loiseau, die ich jetzt hier bei mir begrüße. Guten Abend. Bonsoir. Doch zuvor müssen wir über das sprechen, was in der Nacht zum Samstag vor dem Kreml geschah. Der Mord an dem Oppositionspolitiker Boris Nemtsov, dann die russische Kriegstreiberei im Osten der Ukraine. Ist das, was wir jetzt erleben, tatsächlich der endgültige Abschied Russlands von der Demokratie? Das steht zu befürchten. Denn, dass man gewagt hat, in wenigen hundert Meter Entfernung vom Kreml Boris Nemtsov auf diese Art und Weise auf offener Straße zu ermorden, ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Kriegstreiber in Russland die Oberhand gewinnen. Boris Nemtsov hatte zu einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine aufgerufen, ist zwei Tage vorher ermordet worden. Also das auf der einen Seite und dann die Situation in der Ostukraine sehr beunruhigend. Und kann man sagen, dass diese Kriegstreiberei, dieser Wille, die Macht Russlands auszuweiten, um buchstäblich wirklich jeden Preis, dass das vor 20 Jahren mit Tschetschenien begonnen hat? Ja, so kann man es durchaus sagen. Eines ist jedenfalls klar, dass egal ob der Erste oder der Zweite Tschetschenien-Krieg, dort hat es begonnen. Mit dem Zweiten Tschetschenien-Krieg kam Werdimir Putin an die Macht. Es wurde alles unternommen, um die Menschen, die darüber sprachen, zum Schweigen zu bringen, wie eben auch Frau Politowska, ja, die von den Ausschreitungen und der Folter damals schon sprach. Alles begann dort, das ist richtig. In der Ukraine sind übrigens, werden die Separatisten geschult, trainiert durch ehemalige russische Kämpfer, die schon in Tschetschenien waren. Also diese Saat der Gewalt. Und genau das werden wir jetzt gleich sehen in Ihrem Film. Wir sehen, wie sich Putins Stadthalter in Tschetschenien, Kadirov, als Retter für ein geschundenes Land inszeniert. Und ja, die Einschusslöcher in den Häuserwänden sind verputzt. Statt Ruinen stehen in Grozny heute blitzende Glasfassaden. Doch die Ruhe ist eine Friedhofsruhe. Die Angst ist überall. Kadirov hat Tschetschenien in einen Polizeistaat verwandelt. Er kann töten, foltern und jeden aus dem Weg schaffen, der dem Kreml nicht passt. Manon Loisou hat die wenigen getroffen, die noch wagen, sich zu widersetzen, statt zu vergessen auf Befehl. Ich kehre nach Tschetschenien zurück. 20 Jahre nach Ausbruch des Krieges, 10 Jahre nach meiner letzten Reise. Ich kehre zurück in dieses gebrochene, in dieses vergessene Land. All die Jahre habe ich sie in mir getragen. Die Menschen, die Gesichter, die Orte. Die Bilder eines Sterbenden, eines kämpfenden Volkes. In seinem Widerstand gegen die russische Armee. Ich höre noch immer das Dröhnen der Bomben, die auf die Zivilbevölkerung niedergingen. Ich höre die Schreie. Männer und Frauen wurden festgenommen bei den Satschistki, den Säuberungsaktionen der russischen Armee. Tausende Tschetschenen sind einfach verschwunden. Der Krieg hat über 150.000 Opfer gefordert. Ein Fünftel der gesamten Bevölkerung. Was ist aus Tschetschenien geworden? Was aus Grozny, der zerstörten Hauptstadt? Was ist aus den Menschen geworden, die ich damals getroffen habe? Was ist aus Grozny, der zerstörten Hauptstadt? Die Spuren des Krieges scheinen wie weggewischt. Die Hochhäuser von Grozny erstrahlen in neuem Glanz. Auf den Fassaden prangt das Porträt von Wladimir Putin. Der Mann, der den Tschetschenienkrieg ausgelöst hat. Der durch die Unterdrückung des tschetschenischen Volkes an die Macht kam. Er wird überall geehrt. An seiner Seite Ramzan Kadyrov, der junge Präsident, der das Land mit eiserner Hand regiert. Eine Marionette des Kremls. Neue Straßen, gläserne Hochhäuser, der Personenkult. Alles hat seine Ordnung in Grozny. Die Religion ist heute allgegenwärtig. Überall erstrahlen Moscheen mit goldenen Kuppeln. Die Frauen, die früher für ihre Rechte eingestanden sind, tragen heute Kopftuch. Ramzan Kadyrov hat die Scharia eingeführt. Wer sich widersetzt, wird verfolgt. Passanten flanieren auf der Putin-Allee, der ehemaligen Strasse der Freiheit. Sie gehen wie selbstverständlich über die Strasse des Fallschirmbataillons Pskov oder die General-Troschew-Strasse. Namen derer, die sie früher verfolgt haben. Wie konnte es so weit kommen? Warum hat dieses Volk, das jahrhundertelang für seine Freiheit kämpfte, resigniert? Ich suche nach denen, die ich damals gefilmt habe. Viele von ihnen sind gegangen. Die, die geblieben sind, haben Angst zu reden. Doch dann treffe ich Rosa wieder. Tagsüber erscheint das Leben in Grozny schön. Aber in der Nacht beginnt ein anderes Leben. Wir leben in ständiger Angst. Die Angst ist größer als damals im Krieg. Es heißt, heute sei Frieden, aber das ist eine Illusion. Während des Krieges gab es wenigstens einen klaren Feind. Wir versteckten uns vor den Bomben und den Heckenschützen. Wir flohen in die benachbarten Republiken und wir hofften auf den Frieden. Heute habe ich keine Hoffnung mehr. Wenn es Nacht wird, kommt die Angst. Ich frage mich immer, werden sie kommen, um mich zu holen? Werden sie die Tür eintreten? Wir sind immer auf das Schlimmste gefasst. Sie kommen, hämmern an meine Tür und schreien, ich soll aufmachen. Es sind Soldaten. Sie haben Autos mit dunklen Scheiben, Jeeps. Das letzte Mal standen sie mit ihren Autos vor meiner Wohnung. Ich habe sie durchs Fenster gesehen. Sie waren zu acht. Sie kamen hoch und haben mit den Fäusten und Füßen gegen meine Tür gehämmert. Schließlich habe ich aufgemacht. Ich sagte ihnen, dass nur meine Mutter und ich zu Hause seien. Mehr konnte ich nicht sagen. Meine Stimme versagte vor Angst. Ich erinnere mich nicht mehr, was danach passiert ist. Ich war außer mir vor Angst. Am nächsten Tag hatte ich am ganzen Körper blaue Flecken. Sie hatten mich geschlagen. Hab keine Angst, Mama. Meine Mutter ist gelähmt. Sie hatte mehrere Herzinfarkte, weil sie so große Angst hatte. Sie haben ihr solche Angst gemacht, dass sie mehrmals ins Koma gefallen ist. Jetzt liegt sie hier und kann sich nicht mehr bewegen. Sie ist nicht mehr bewegen. Ich habe auch, wenn sie so große Angst haben. Die vielen Jahre des Krieges, in denen wir nur Tod und Leid kannten, haben die Menschen müde gemacht. Die Verzweiflung hat sie dazu getrieben, alles hinzunehmen. Sie tun so, als seien sie glücklich. An den Festtagen, am Geburtstag von Kadyrov oder Putin, befehlen sie den Leuten am Arbeitsplatz auf die Straße zu gehen, um zu feiern. Wer sich weigert, verliert seine Arbeit. Sie sagen ihm, er brauche nicht mehr wiederzukommen. Wir feiern, weil wir dazu gezwungen werden. Musik 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 Ein Volk in der kollektiven Schizophrenie. Das gezwungen wird, seine Peiniger zu ehren. In Grozny wird unaufhörlich gebaut. Die Hochhäuser des Vergessens, die alle Spuren der Vergangenheit verwischen. Immer höher wachsen sie in den Himmel, doch sie sind leer, eine Attrappe. Die meisten Tschetschenen können sich diese Wohnungen nicht leisten. Die Arbeitslosenquote liegt bei fast 40%. Ich suche noch immer nach den Menschen, die ich damals im Krieg getroffen habe. Dann finde ich die Frauen, die nicht vergessen wollen. Die tschetschenischen Soldatenmütter. Musik Ich suche meinen Mann und meinen Sohn. Die russischen Soldaten haben sie am 3. Januar 1995 geholt. Ich suche meinen Sohn. Er ist am 1. Januar 1995 verschwunden. Er ging raus, um zu rauchen und kam nie wieder. Die Soldaten kamen ins Haus. Sie zogen ihn aus dem Bett. Er war fast nackt. Er ist nie zurückgekommen. Die Soldaten kamen um 4 Uhr morgens und haben meinen Mann mitgenommen. Seitdem weiß ich nichts mehr von ihm. Ich suche meinen Sohn. Er saß draußen auf der Straße. Da kam ein weisses Auto und hat ihn mitgenommen. Am 29. September 2004 ging mein Sohn aus dem Haus und kam nie wieder. Seitdem wissen wir nichts mehr von ihm. Meinen Sohn haben Sie 2004 geholt. Er war mein einziges Kind. Ich suche meinen Mann. Sie haben ihn am 6. Januar 2005 mitgenommen. Wir haben zwei Kinder. Ich stand mit einem Sohn an einer Bushaltestelle in der Nähe des Bahnhofs. Ein Panzer kam und hat ihn mitgenommen. Wir alle müssen dieses Leid ertragen. Was sollen wir tun? Wir müssen unser Schicksal akzeptieren. Wir können nur auf die Gnade Gottes vertrauen. Vertrauen wir darauf, dass Gott sie uns wiederbringt. Es heisst, dass über 18.000 Menschen vermisst werden. Ich kümmere mich seit 1995 darum, die Vermissten zu finden. In dieser ganzen Zeit habe ich nur zwei Personen wiedergefunden. In 19 Jahren ist es mir nicht gelungen, zu erfahren, was aus den anderen geworden ist. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Eines Tages werden wir die Wahrheit erfahren. Daran müssen wir glauben. Russland weiß, wo sie sind. Wir wissen es nicht. Aber sie sagen es uns nicht. Das ist unsere臉. Wir wissen es nicht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Madina Magomadova sucht die Vermissten weiter. Für sich und tausende andere tschetschenische Frauen. 1995 ist ihr Bruder verschwunden. Madina erhält regelmäßig Drohungen. Sie darf sich nicht erinnern. Ich dachte immer, ich sei stark. Aber so langsam werde ich müde. Hätte man mir damals gesagt, dass meine Suche 19 Jahre dauern würde, wäre ich verrückt geworden. Ich hätte nie gedacht, dass es so lange dauern würde. Für die Familien der Vermissten ist es wie eine Folter, die nicht enden will. Wir sind wie Zombies. Wir funktionieren. Wir machen weiter. Wir gehen schlafen, weil es dunkel wird. Wir stehen auf, weil es Tag wird. Wir machen weiter, weil wir noch am Leben sind. Aber das ist kein Leben. Es ist ein schwarzer Tunnel ohne Licht. Grozny überdeckt sein Leid. Die Menschen sollen vergessen. Die Stadt gibt sich modern und dynamisch. Sie feiert die Einweihung ihres ersten Einkaufszentrums und die neuen Väter der Stadt. Präsident Ramzan Kadyrov lässt sich als größter Bauherr der Welt feiern. In der Stadt Ramzan Kadyrov wird mehr als 1.000 Menschen in der Stadt Ramzan Kadyrov in der Stadt Ramzan Kadyrov wird mehr als 1.000 Menschen in der Stadt Ramzan Kadyrov Wir werden von einem autoritären Regime regiert, in dem Ramzan Kadyrov alle Macht in sich vereint. Die Verfassung, die Gesetze, das Strafgesetzbuch, alles zählt nichts gegen sein Wort. Wenn Ramzan sagt, tötet sie alle, dann werden alle getötet. Sein Wort steht über der Verfassung. Ramzan hat sein Volk, das einst ein so stolzes Volk war, gebrochen. Die Angst ist heute allgegenwärtig. Tschetschenien ist eine Art Nordkorea auf dem Gebiet der russischen Föderation. Das Anti-Folter-Komitee ist eine russische Hilfsorganisation, die sich für bessere Haftbedingungen einsetzt. Mehrere junge Juristen sind in ganz Russland aktiv. Vor 5 Jahren haben sie ein Büro in Grozny eröffnet. Aus Sicherheitsgründen besteht das Team vor Ort ausschließlich aus russischen Mitarbeitern, die sich jeden Monat abwechseln. Das Komitee erhält regelmäßig Drohungen. Für viele Tschetschenen ist das Büro ein Zufluchtsort. Familien, die lange Zeit aus Angst geschwiegen haben, trauen sich hier über die Repressionen des Staates zu sprechen. Schauen Sie, wie Sie meinen Sohn gefoltert haben. Sie haben ihm einen Zeh ausgerissen. So haben Sie bekommen, was Sie wollten. Dieser Fall ist absolut tragisch. Aber Ihr Sohn ist wenigstens noch am Leben. In den meisten Fällen, die wir hier bearbeiten, finden wir die Vermissten leider nicht wieder. Es ist wirklich dramatisch. Wenn Eltern, die lange nach ihrem vermissten Sohn gesucht haben, ihn irgendwann in einem Gefängnis finden, sagen sie, danke Gott, dass er im Gefängnis ist. Das ist tatsächlich so. Die Eltern danken Gott, dass ihr Sohn im Gefängnis ist. Denn dann ist er wenigstens am Leben. Und sie können hoffen, dass er eines Tages wiederkommt, aber das ist leider nur selten der Fall. Das ist Abdi Alaoudinov. Er ist Polizeichef und Vizeminister im Innenministerium. Er spricht vom obersten Befehlshaber. Sie wissen, wen er damit meint? Die Polizisten bekommen den Befehl von ganz oben. Der Minister gibt die Befehle nur weiter. Er ist die Befehlshaber. Er ist die Befehlshaber. Er ist die Befehlshaber. Wer nicht einverstanden ist mit dem, was Kadirov sagt oder tut, wird zum Feind der Republik erklärt. Und die Feinde der Republik müssen beseitigt werden. Unser Klan hat Kadirov nicht unterstützt. Unser Klan war immer gegen dieses Regime. Da unsere Familie Teil dieses Clans ist, sind auch wir verdächtig. Unser gesamter Klan wird nach und nach ausgelöscht. Die Menschen verschwinden in der Nacht. Einer nach dem anderen. Dann findet man irgendwann ihre Leichen von Kugeln durchsiebt. Das Regime erklärt, sie wurden getötet, weil sie Terroristen waren. Die Menschen haben Angst, sich zu wehren. Das Schlimmste ist, dass alle schweigen. Sie haben Angst vor dem, was noch kommen wird. Es ist wie damals in der Sowjetunion unter Stalin. Bei den Massenexekutionen der Volksfeinde. Dieses Regime hat nur ein Ziel. Es möchte so lange wie möglich an der Macht bleiben. Um die Macht zu behalten, sind ihm alle Mittel recht. In Tschetschenien herrscht der Terror, im Namen des Antiterrorkampfes. Das Regime führt einen ständigen Kampf gegen den Terrorismus. Kadirov verbreitet Angst und Schrecken, um seine Macht zu sichern. Dafür braucht das Regime ein effektives Repressionssystem. Dieses Repressionssystem kostet viel Geld. Und dieses Geld bekommt Kadirov von Moskau als Gegenleistung für seinen Kampf gegen die Terroristen. Deswegen braucht das Regime immer neue Terroristen, die es bekämpfen kann. Deswegen verschwinden immer wieder Menschen. Für jeden eliminierten Terroristen soll Kadirov 14.000 Euro erhalten. Für diese Summe wird das Regime immer wieder Terroristen ausfindig machen. Selbst wenn es keine mehr gibt. Sie werden weiterhin Menschen töten, um an ihr Geld zu kommen. Für diese Summe wird das Regime immer wiederum. Das ist eine gute Grund more. Das ist ein Wartof. Mit der Küffene? Das kann man auch. Das ist ein Wartof. Das ist ein Wartof. Die Wartof ist richtig? Wir freuen uns heute, so viele junge Leute begrüßen zu dürfen. Wir wollen euch jungen Leuten den richtigen Weg zeigen. In unserer wiedererstandenen Republik. Wir sind die Ersten auf diesem neuen Weg. Wir sind die Avantgarde. Wir gehen voran. Wir haben Ramzan Kadirov viel zu verdanken. Alle jungen Leute können heute friedliche Wege gehen. Auf Straßen ohne Checkpoints. In unserer schönen Stadt, die der Stolz der ganzen Republik ist. Wir können uns frei versammeln. In Parks, öffentlichen Gärten, in Kinos, in Einkaufszentren, den Hochhäusern. Wir können uns überall treffen. Niemand wird heute mehr entführt. Es gibt keine Opfer mehr in den Minen. Kadirov hat alles getan, damit wir in Frieden leben können. Hat Ramzan Kadirov den Friedensnovellpreis verdient? Darauf habe ich eine klare, tausendprozentige Antwort. Und ihr werdet alle mit mir einverstanden sein. Er hat den Preis mehr verdient als Barack Obama. Bolscher, чем Barack Obama. Applaus Applaus Tschetschenien ist ein Polizeistaat, ein Potemkinsches Dorf, das sich herausputzt, um die grausame Realität zu verbergen. Die Spuren des Krieges sollen endgültig verschwinden. Doch die Gewalt nimmt zu. Im Namen ihres Kampfes gegen den Terrorismus lässt das Regime tausende junger Menschen festnehmen. Die Verfolgung sogenannter Regimegegner nimmt zunehmend willkürliche Formen an. Immer mehr Menschen verschwinden. In letzter Zeit auch immer mehr Frauen. Meine Töchter wollten nur arbeiten, damit sie ihren Kindern Essen und Kleider kaufen können. Wann haben sie erfahren, dass ihre Töchter verschwunden sind? Der Polizist unseres Viertels hat mich angerufen. Er heisst Sultan. Er sagte zu mir, was sitzt du zu Hause rum? Deine Töchter sind verschwunden. Hier ist alles voller Blut und Patronenhülsen. Ich war sehr erschrocken und sagte ihm, ich komme gleich. Meine Töchter haben an der Tankstelle gearbeitet. Ich bin schnell zur Tankstelle gelaufen. In dem Raum, in dem sie schliefen, war alles durcheinander. Die Polizisten hatten das Blut schon abgewischt und alle Spuren beseitigt. Zeugen haben mir berichtet, sie hätten etwa zehn Militärautos gesehen. Die Männer, die mit den Autos gekommen waren, hätten meinen Töchtern befohlen, die Autos zu waschen. Später haben die Zeugen Schreie gehört. Sie hörten meine Töchter weinen. Seitdem sind sie verschwunden. Mir geht es seitdem sehr schlecht. Ich kann kaum noch laufen und muss meinen Enkel alleine großziehen. Ich lebe in ständiger Angst. Später haben sie dann meinen Sohn mitgenommen. Sie haben ihn geschlagen und ihm gedroht. Wenn du erzählst, was mit deinen Schwestern passiert ist, bringen wir dich um. Und wir werden sagen, dass du deine Schwestern getötet hast. Ich weiß nicht, wie ich weiterleben soll. Was ist aus diesem Land geworden? Ich habe niemandem etwas getan. Ich habe nur gearbeitet und meine sieben Kinder großgezogen. Was ist aus diesem Land, die in der Nähe des Schwestern die Pfanne aufgerufen hat, geht es euch auf der Wunderschöne. Ich bin eine Kostosmuster, die in der Nähe des Schwestern gerätten, in der Nähe des Schwestern mit der Nähe des Schwestern. Luister, das ist ein Gäste. Komm her mein Kleiner, komm wir trinken Tee, ein warmer Tee wird dir gut tun. Bring einen Tee für unseren kleinen Amir. Deine Mutter kommt bald wieder, sie bringt dir Bonbons mit, die Mama und die Tante kommen bald wieder. Komm her mein kleiner Engel. Es ist schlimm, die Kinder so leidend zu sehen, und wir können nichts für sie tun. Opa ist da, Opa wird dich beschützen, ich werde für dich da sein, bis ans Ende meiner Tage. Alles liegt in Gottes Hand, Gott wird diese Menschen bestrafen, Gott wird sie richten, ich werde diese Leute nicht verfluchen, aber Gott sieht alles, er sieht was die Menschen tun, er sieht wenn Gott es will. Doch bevor ich sterbe, möchte ich meine beiden Töchter noch einmal sehen. Es ist so schwer, ich denke Tag und Nacht an sie. Wo sind sie, leben sie noch, oder sind sie schon tot? Wir wissen es nicht, wir können nichts tun, wir können nichts tun. Wo sind sie. Es gibt so viele Wälder, so viele Seen und so viele hohe Berge, wir werden sie nicht finden. Wir wissen nicht, wo sie sie hingebracht haben. Wenn sie meine Mädchen vergewaltigt haben, warum lassen sie sie dann nicht nach Hause gehen? Wenn sie sie getötet haben, warum lassen sie uns dann nicht wenigstens ihre Leichen, damit wir sie nach unserer Tradition begraben können. Ich wünschte, der Boden würde sich unter meinen Füssen auftun. Beruhige dich. Wir können es nicht ändern. Auch ich könnte immerzu weinen, aber niemand wird uns helfen. Ich könnte schreien, aber es würde nichts helfen. Wir sind nicht allein mit unserem Leid. Sie haben alles zerstört. Gott wird sie dafür richten. Sie werden dafür bezahlen, dass sie die Kinder zu Waisen gemacht haben. Sie werden dafür bezahlen, dass sie unser Leben zu einem Albtraum gemacht haben. Es ist so schwer. Ich würde am liebsten alle mein Ende machen. Das darfst du nicht. Oder willst du, dass Gott auch dich richtet? Es ist so schwer zu ertragen für mich, alten Mann. Es ist, als hätten sie mir das Herz aus dem Leib gerissen. Wo sind unsere Töchter? Sie müssen doch irgendwo sein. Mit dem Leib gerissen könnte. Untertitelung des ZDF, 2020 Tschetschenien, Land der verbrannten Erde, gefangen in einer Spirale der Gewalt. Männer, Frauen und Kinder, eingesperrt in einem Niemandsland des Vergessens. Das Regime verbietet ihnen, über die Vermissten von heute zu sprechen und sich der Toten des Krieges zu erinnern. Sie sollen alles vergessen, auch ihre tschetschenische Identität. Zum ersten Mal in der Geschichte der Republik hat Ramzan Kadyrov den Gedenktag an die Deportation der Tschetschenen durch Stalin verboten. Kadyrov tut alles, um dem Kreml zu gefallen und um die Freude an den Olympischen Spielen des Wladimir Putin nicht zu trüben. Aplausos Aplausos Eine Handvoll Männer und Frauen aber wagen es, sich dem Regime zu widersetzen. Intellektuelle, Abgeordnete, Künstler. Sie nehmen an einer Konferenz gegen das Vergessen teil. Organisiert von Ruslan Kutayev, ehemaliges Regierungsmitglied und angesehener Intellektueller. Die Organisatoren der Konferenz wählen. werden noch am selben Abend zu Ramzan Kadyrov zitiert. Sie werden bedroht und geschlagen. Stundenlang. Ruslan Kutayev gelingt die Flucht. In der Zentrale des Komitees gegen Folter herrscht höchste Alarmbereitschaft. Igor Kalyapin, der Gründer des Komitees, kennt Ruslan Kutayev seit 15 Jahren. Er hat schon nach wenigen Stunden von dessen Flucht erfahren. Kutayev hat mich angerufen und mir gesagt, sie sind hinter mir her wegen der Konferenz. Kadyrov hat mich zu sich zitiert. Sie können mich jeden Moment festnehmen. Eine Stunde nachdem er mich angerufen hatte, fuhren Bewaffnete in mehreren schwarzen Toyotas bei ihm vor. Sie hatten alle das gleiche Kennzeichen. Es waren Autos der Präsidialverwaltung. Sie haben ihn in ein Auto gezerrt und sind weggefahren. Am Tag darauf, am 21. Februar, hat man die Öffentlichkeit darüber informiert, dass Ruslan Kutayev festgenommen wurde, weil er eine große Menge Drogen bei sich hatte. Sie sagten, er sei im Besitz von dreieinhalb Gramm Heroin gewesen. Jeder wusste, dass Kutayev nichts mit Drogen zu tun hatte. Er hat nie geraucht, nicht getrunken und schon gar keine Drogen genommen. Die Drogen waren nur ein Vorwand, um Kutayev beschuldigen und festnehmen zu können. Zwei Personen haben ihn brutal zusammengeschlagen. Einer von beiden wird Lord genannt. Er gehört zur Führungsriege. Er ist die rechte Hand von Kadirov. Der zweite war Alaudinov, Vizeminister im Innenministerium. Nachdem sie ihn zusammengeschlagen hatten, haben sie ihn mit Elektroschocks gefoltert. Sie haben ihm ein Messer an die Brust und an die Kehle gehalten. Bei der geringsten Bewegung hätten sie zugestochen. Kutayev war klar, dass sie ihn töten könnten. Dass sie ihn zu Tode prügeln oder erstechen könnten. Also hat Ruslan Kutayev schließlich gestanden. Sie haben ihm Fotos gezeigt, von seinem Haus und seinen Angehörigen, von seinem Neffen, der in Moskau lebt. Und sie haben ihm gesagt, wir wissen, wo sie sind. Wir haben deine ganze Familie unter Kontrolle. Und solltest du es wagen, zu behaupten, wir hätten dich gefoltert, dann wird deine Familie es als erstes zu spüren bekommen. Dann werden deine Familie es als erstes zu spüren. Die Familie es als erstes zu spüren übersetzt, Untertitelung des ZDF für funk, 2017